In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, verliert eine Figur ihr Leben. Achtung, Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am Freitag, 22. September, um 19.40 Uhr, im Free-TV zeigt. Beim Streaming-Dienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen GZSZ Yvonne wird gerettet Für Fans von Yvonne, Giza-Zach, haben wir eine gute Nachricht. Sie kann sich in der letzten Sekunde aus Soß, Lara Dendelein-Seibert, Gewalt befreien. Allerdings wird die Auftragsmörderin selbst tödlich getroffen und stirbt den Serientod. Alle sind unendlich erleichtert, dass das Geiseldrama endlich beendet ist. Während von Jessica, Nina Enzmann und Philipp, Jörn Schlünfugt, die Anspannung abfällt, ist Yvonne Familie froh, sie endlich wieder in die Arme schließen zu können. Später steht Maren, Eva Mona Rodekirchen, aufgewühlt vor Michis, Lars Pape, und Nicols, Laura Lippmann, Tür und erzählt ihnen von dem Geiseldrama um Yvonne. In Anbetracht der Dramatik schiebt Nicole ihre Zweifel beiseite. Doch als Maren und Michi sich in ihrer Erleichterung umarmen, flammt in Nicole die Eifersucht auf. Es bleibt also spannend auf dem Kollekiez. GZSZ Lara Dendeleien Seibert steigt aus. Damit ist klar, dass Lara Dendeleien Seibert, 31, die im Mai bei, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Einstieg, bereits nicht mehr für GZSZ dreht. Wir finden das sehr schade. In den letzten Wochen hatte sie auffällig wenig vom Set gepostet. Allerdings konnte die Schauspielerin durch das Schieß- und Stunt-Training tolle neue Erfahrungen mitnehmen. Im offiziellen GZSZ-Podcast erklärte sie jüngst, dass dieses Know-how ihr in Zukunft helfen könnte. Schließlich werden in ihrer Heimatstadt Hamburg vom Großstadtrevier, über den Tartort, bis Notrufhafenkante, viele Krimi-Formate gedreht. Dass ihre Rolle bei den Zuschauern so gut ankam, war für Seibert übrigens eine Überraschung. Ich bin positiv überrascht. Da Zoe eine klare Antagonistin ist, habe ich mit mehr Gegenwind gerechnet. Aber die Zuschauenden können sehen und verstehen, dass ich eben nur eine Rolle spiele, erklärte sie in einem Interview mit RTL. Ich bin positiv überrascht. Ich bin positiv überrascht. Ich bin positiv überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020